Quetschen, drücken, pressen. Schön, dass ihr alle da seid. Sie bedient sich dann schon, um in die Power zu kommen, sehr stark und knödeln. Also ein ganz großer Faktor, warum auch jemand sehr stark in die Kopfstimme bricht, hat häufig was auch mit der Zunge zu tun. Eigentlich ist es einer der Hauptgründe. Beim Singen, ja, ungegebenfalls auch beim Sprechen, das kann man natürlich auch beim Sprechen, dass man so redet. Vielleicht kennt ihr jemanden, der die ganze Zeit so redet und drückt und quetscht und presst. Heute schauen wir uns mal das Katy Perry Video an in dem Badezimmer. Das ist schon ein bisschen länger her, aber es ist ein sehr gutes Beispiel für Quetschen, drücken, pressen. Und wenn das einfach zu metallisch klingt und nicht gut klingt, dann erkläre ich euch, was macht sie eigentlich falsch und was solltet ihr unbedingt vermeiden. Lass uns reingehen in das Video. Okay, bei den neuen Aufnahmen von den MTV Music Awards und so, da sieht man, dass Katy Perry auch schon echt stark am Knödeln ist. Sie bedient sich dann schon, um in die Power zu kommen, sehr stark und knödeln. Hier finde ich es jetzt ganz interessant. Die Akustik ist super, Badezimmerakustik ist ja klasse. Sie hat Kopfstimme mit dabei, ist auch ein bisschen hauchig. Also das kann sich schon gut, dieses Storytelling aufbauen oder diese Flips auch in die Kopfstimme. Ich höre mal weiter. Der Kiefer ist ein bisschen zu weit vorne und es ist auch von der Mundposition. Da ist halt die Frage, kann man das ein bisschen besser positionieren? Es kann ja sein, dass es dann anstrengend ist für den einen oder anderen. Auch das ist wichtig zur Entlastung der Stimme. Also ein ganz großer Faktor, warum auch jemand sehr stark in die Kopfstimme bricht, hat häufig was auch mit der Zunge zu tun. Eigentlich ist es einer der Hauptgründe. Mitunter, Zungenpositionierung, Zungenrückzug, Zunge sitzt auf dem Kehlkopf und gibt nicht die Möglichkeit, in die Höhe zu gehen. Das heißt, das sind auch alles Sachen, die dazugehören, warum man dann doch häufig dazu neigt zu flippen. Und zwar die Zunge und der Kehlkopf. Das muss jetzt nicht unbedingt für Sie sein, sondern ich sage im Allgemeinen, können das Faktoren sein, warum man dann doch eher in die Kopfstimme bricht. Ungewollt. Also was sie schon mal richtig gut macht, was mir gefällt, ist, da sind echt viele Facetten dabei. Sie geht ins Crying rein, sie geht von einem etwas haurigen Stimmansätzen zu kraftvollen Stimmansätzen, der mischt auch in die Kopfstimme, die hat ja eine kraftvolle Kopfstimme. Ja, also jetzt so zum Ende hin merkt man, Sky, Sky, ich übertreibe total, um das mal zu demonstrieren. Sky, übertreibe völlig, ne, aber das ist schon sehr weit hinten. Ich sage gleich was dazu. Aber kraftvolle Kopfstimme, ne, das hat sie. Ja, also ich finde es schwierig, ich finde, es klingt sehr angestrengt und die Vokale, die ist ja sehr stark auf den E-Vokalen jetzt gewesen, ne, bei dieser Belting-Passage. Ich finde, es war sehr angestrengt, auch bei den Konstruktoren, auch aus dem Halsbereich. Das muss immer nicht zwingend was heißen. Also wenn jemand, wenn man sieht, dass der Sternocleidomaidois rauspoppt, muss das nicht jemand anzeichnend sein für schlechtes Singen. Bei manchen Menschen, bei manchen Sängern, da zeigen sich die Muskeln einfach stark nach außen. Ich finde nur, in der Kombination klang das sehr angestrengt, ne. Die Auswahl, auf die E-Vokale zu gehen, schwierig. Also E-Vokale können sehr zur Enge führen, können auch sehr stark den Twang, sag ich mal, der Twang kann zu weit vorne sein. You and I, also das I, das würde ich so nicht machen. Ich würde auf einen klareren Vokal gehen. You and I, dann hast du mehr Möglichkeit, dass der Kehlkopf auch sich besser platziert und dass die Zunge nicht dazu neigt, nach hinten zu gehen, ne, weil bei dem Ei. Hi, ich bin Kermit und ich bin hier in Ei. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ja hier Shakira eine Lucky you up all, our way so, we can Bob McFarland. Das ist ja mein Running Gag oder Chair. If I can turn, if I can turn my tongue. Ja, also dieses Das ist halt sehr wahr hinten auch. Es ist halt nicht Und das ist einfach, die ganze Positionierung ist da zu weit hinten. Liebe Sängerin, ganz wichtig bei dem Quetschen, Drücken, Pushen. Also erstmal müsst ihr lokalisieren, woher das kommt. Das kann was mit dem Atemdruck zu tun haben, dass man zu viel Luft hat oder zu wenig, dass man auch viel zu viele Muskeln mit rein benutzt, die jetzt da nichts verloren haben, wie zum Beispiel die Bauchdecke, eine Überanspannung vom Zwerchfell, dass man den Bauch einzieht, dass die Zunge in der Positionierung nicht gegeben ist, ist ein großer Faktor. Und man kann natürlich auf dem Level der Stimmbänder auch quetschen. Das heißt, wenn wir quetschen mit den Stimmbändern, dann merken wir das. Wir spüren dieses Druckgefühl, wir spüren diese Überanstrengung auf dem Level. Und dann haben wir noch die falschen Taschenfalten auch oben drüber. You and I! Das ist dann gequetscht vom Zungengrund und auch den Stimmbändern richtig gepresst, um in die Lautstärke zu gehen. So klingt auch der Ton. Wichtig ist erstmal herauszufinden, was verursacht das Quetschen. Ist es der Kehlkopf, der zu weit unten ist? Ist es die Bauchdecke, die auch mit angespannt wird? Und das Zwerchfell? Ist es der Gaumensegel? Genau. Und in allererster Linie muss man auch schauen, dass wenn ihr Songs aussucht, die sehr hoch sind, echt, da bedarf es dann wirklich speziellen Techniken, wie eben Belting. Und da muss der Kehlkopf hoch sein, falsche Taschenfalten aus dem Weg, twang, gegebenenfalls crying, etc., etc. Ja, schreibt doch mal unten ran in die Kommentare, ob ihr noch mehr sehen möchtet von Katy Perry, gerade zu dem neuen Song Is A Woman's World. Wir sind übrigens auch auf Instagram, so wie immer. Und die, die uns jetzt hier folgen, aber nicht abonnieren, das ist super, super schade. Ich freue mich nämlich wahnsinnig über ein Abonnement und einen Daumen hoch. Denn der Kanal lebt ja von euch und er lebt ja davon, dass ihr hier aktiv zuschaut. Und ich freue mich immer natürlich, wenn ihr kommentiert und einen Daumen hoch macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir uns auch auf Instagram vernetzen und kennenlernen. Und ich freue mich, euch auch in anderen Programmen bei uns in der starken Stimme Schule zu sehen. Ja, was sagt ihr zu Katy Perrys Auftritt? Bis dahin, ganz gut, das Ende fand ich doch ein bisschen gequetscht. Das würde ich ein bisschen besser machen mit Vokalmodifizierung und Zungenpositionierung. Und vielleicht den Ton auch weiter mehr nach vorne bringen. Hashtag starke Stimme und Hashtag du bist nicht allein.